Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Jule mit? Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Jule mit? Ein Schleier und ein Federhuhn, die steh'n die Mädchen gar zu gut. Ein Schleier und ein Federhuhn, die die Mädchen gar zu gut. Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Malchen mit? Malchen. Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Malchen mit? Das Mädchen, das ist gut und brav für die kriegt, der bekommt ein Schaf. Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Grätschen mit? Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Grätschen mit? Für die steht ein Klavier parat, weil sie so'n zarten Anschlag hat. Ja. Was? Fabelhaft. Verstaunt sie nicht, wa? Hat mich auch sehr viel Geld gekostet. Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Lätschen mit? Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Lätschen mit? Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Lätschen mit? Herr Schmitz, Herr Schmitz, was kriegt denn Lätschen mit? Ah, so lang und so breit. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt denn Kälchen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt denn Kälchen mit? Mein Kälchen ist das Kakelnest, die kriecht den ganzen Überrest. Mein Kälchen ist das Kakelnest, kriecht den ganzen Überrest. Untertitelung des ZDF, 2020